Die Firma Stadler stellt Müllsortier- und Recyclinganlagen her. Egal welcher Art, also Sprich Papier, Plastikflaschen, Hausmüllsortieranlagen ist alles kein Problem und darum wird es eigentlich nie langweilig bei uns. Mein Name ist Klaus Traub, ich bin Ausbildungsmeister hier bei der Firma Stadler. Ausbildung ist manchmal nicht ganz einfach, das kann man eigentlich auch mit den Lehrlingen machen, Schneeschuhwanderung vergleichen. Nach einer flachen Eingewöhnung kommt dann ein steiles Stück, wo der Mensch sich selber entwickelt. Auf Prüfungen hin, egal ob es Zwischenprüfung oder Abschlussprüfung muss man dann nochmal richtig Gas geben. Das kann man ein bisschen vergleichen, wie wenn ein steiles Stück kommt kurz vor dem Gipfel, wo es meistens ziemlich steinig liegt. Ja, oder es liegt Schnee, wo man jetzt nicht in große Schritte vorankommt, aber man kommt voran. Da muss man zusammenhalten, auch wenn Schwächere dabei sind, einfach die Anforderung motivieren, weil zusammen sind wir echt stark und dann wird man dann belohnt, wenn man das Zeugnis in der Hand hat und wenn alle am Gipfel oben standen, das ist eigentlich ein geiles Gefühl. Und so soll es ja bei der Ausbildung dann auch sein, oder bei der Weiterbildung, egal wo. Und da ist die Firma Stadler ein sehr guter Ansprechpartner für junge, motivierte Leute.